Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Corsair Deutschland YouTube-Kanal. Wir schauen uns heute eine neue Gaming-Maus an, und zwar die Corsair Nightsaber Wireless. Alle Eckdaten und Features schauen wir uns dann nun gemeinsam an. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los und schauen erstmal, was genau bei der Corsair Nightsaber Wireless mit dabei ist. Ihr bekommt das Ganze wieder in so einem schönen kleinen Karton, das hatte ich das letzte Mal ja schon angesprochen, der halt viel besser wieder einpackbar ist, wenn man das Ganze mitnehmen möchte oder halt auch mal verkaufen möchte. Ihr habt hier als allererstes, wenn ihr das Ganze aufklappt, natürlich so ein kleines Kästchen. Da sind ganz viele Zettel drin, legen wir mal beiseite, denn vorlesen wollte ich euch nun nicht. Aber was haben wir da drunter? Wir haben die Gaming-Maus, hier ist die Corsair Nightsaber. Das ist die schicke Gaming-Maus, da sprechen wir gleich ganz genau im Detail drüber, was das Gerät alles kann, was man wo einstellen kann und welche Vorteile die Maus hat. Als erstes nochmal, was zusätzlich im Karton enthalten ist, das ist unter dieser kleinen Abdeckung wieder so ein richtig schönes USB-C auf USB-Typ-A-Kabel. Das Ganze ist hier natürlich von der Qualität her schon richtig, richtig gut gemacht. Ihr bekommt hier ein richtig langes Kabel mit dazu, da habt ihr einmal einen USB-C-Stecker, der geht an die Maus. Solltet ihr die Maus laden wollen oder aber, wenn ihr die Maus auch kabelgebunden betreiben wollt, das könnt ihr natürlich auch jederzeit. Und ihr habt einen USB 2.0 Typ-A-Stecker, der geht dann an den PC oder an den Mac oder auch an andere Geräte, wo ihr das Ganze nutzen wollt. Packen wir es mal beiseite und schauen uns mal genau an, was die Corsair Nightsaber Wireless so alles kann. Bevor wir mit den Eckdaten dieser Gaming-Maus weitermachen, natürlich auch nochmal ein Wort zur UVP, denn die liegt bei 169,99 Euro, aber dafür bekommt ihr auf jeden Fall eine wirklich sehr gute Premium-Gaming-Maus. Schaut man sich den Aufbau der Maus an und auch die Verarbeitung, haben wir hier nach hinten erstmal leichteres Plastik, vorne auch. Was ich hier ganz nett finde, ist, dass die Tasten links und rechts auch angeraut sind. Das haben wir hier auch auf den Seitentasten und wir haben eine symmetrische Form. Das Ganze ist halt komplett symmetrisch, auch richtig gut gemacht. Auf der linken Seite haben wir dann hier eine Gummierung, das ist für besseren Grip und die habt ihr natürlich durch die Symmetrie auch auf der rechten Seite. Nach vorne hin ist das Drehrädchen oben auch gummiert, das ist dann auch mit besserem Halt versehen und ihr habt dazwischen so einen richtig schicken und edlen Carbon-Look. Wenn wir dann aber mal über die Tasten sprechen, die man hier zur Verfügung hat und die man nutzen kann, haben wir insgesamt 11 Tasten. Das heißt, ihr habt an der Seite erstmal zwei Tasten, die ihr belegen könnt, dann habt ihr oben auch noch zwei seitliche Zusatztasten, also vier. Dann links und rechts sind fünf und sechs. Dann habt ihr noch das Drehrädchen, das könnt ihr reinstrecken. Das wäre dann sieben, dann könnt ihr es nach links kippen. Das wäre acht, nach rechts wäre neun. Und dann habt ihr hier noch zwei Tasten mittig, links und rechts für den Profil-Switch, das wären dann zehn und elf. Ganz wichtig hier vorne bei der linken und rechten Maustaste ist ein zusätzliches Feature, was es nur bei Corsair gibt, nämlich das sind Corsair Quick-Strike Buttons. Was bedeutet Quick-Strike eigentlich? Quick-Strike bedeutet, dass ihr zwischen dem Switch, der verbaut ist, und der Maustaste eine Feder habt, die die Maustaste an den Switch ranzieht. Das heißt, die Luft zwischen Switch und Maustaste wird durch diese Feder eliminiert und dadurch wird ein Klicken der Maustaste halt auch sofort zum Ausführen des Switches resultieren. Also eine kleinere Verzögerung, beziehungsweise gar keine Verzögerung, wie man es sonst von anderen Gaming-Mäusen gewohnt ist. Und wo wir schon über die Buttons gesprochen haben und die verbauten Quick-Strike-Federn, beziehungsweise Buttons, der Switch darunter ist ein optischer Switch. Und der Vorteil eines optischen Switches gegenüber einem mechanischen Switch ist einfach, dass es darin dann keine Feder mehr gibt, die erst einen Weg zurücklegen muss, damit überhaupt dieser Tastendruck erkannt wird und an das System gesendet wird, sondern durch ein optisches Signal weiß der Switch, ob er betätigt wurde oder nicht. Und dadurch gibt es auch keine Debounce-Time. Das fällt mit optischen Switches komplett weg und gibt natürlich dann auch gerade im professionellen E-Sports-Bereich nochmal einen Vorteil. Und wenn wir die Gaming-Maus mal einschalten, dann gibt es natürlich auch für alle Fans von RGB-Beleuchtung bei dieser Maus wieder etwas mehr RGB-Beleuchtung. Klassisch, das Corsair-Logo ist RGB-beleuchtet. Ihr habt dann links und rechts jeweils einen Streifen, den ihr auch einstellen könnt in Corsair IQ. Und dann habt ihr vorne, beziehungsweise seitlich auch an der Maus jeweils nochmal RGB-Felder, die auch komplett einstellbar sind. Also leuchten sollte die Maus genug und alles könnt ihr in Corsair IQ separat einstellen. Das schauen wir uns später im Video natürlich auch nochmal an. Was ihr dann zusätzlich noch bekommt, ist hier dann in der Mitte, hier habt ihr links und rechts jeweils einen Button. Damit könnt ihr das Profil hin und her switchen und ihr seht es schon, jetzt kommt hier die LED-Anzeige. Das heißt, ihr stellt damit das aktive Profil ein, was ihr gerade nutzen wollt. Auch nochmal ganz nett, dass man das direkt oben auf der Maus sehen kann. Wenn wir die Maus dann mal drehen, auf der Unterseite ist nämlich auch was Cooles. Erstmal habt ihr hier ganz klassisch so einen Schieberegler. Damit könnt ihr die Maus in Mittelstellung ausschalten. Dann, wenn ihr den Schieberegler nach links schiebt, wird das Ganze in den Wireless Slipstream-Mode versetzt. Und dann, wenn ihr das Ganze nach rechts schiebt, wird es in den Wireless Bluetooth-Mode versetzt. Wireless, wie soll das funktionieren mit Slipstream? Wir haben ja im Lieferumfang noch gar nicht von einem Dongle gesprochen. Und den finden wir jetzt, wenn wir nämlich die Maus hier unten einmal aufmachen. Dort ist ein kleines Fach, da kann man den Dongle drin platzieren. Den kann man rausnehmen und den braucht ihr dann zum Beispiel auch, wenn ihr Slipstream nutzen wollt. Was natürlich wesentliche Vorteile bei der Wireless-Verbindung mitbringt. Packen wir das Ganze mal beiseite. Dann können wir hier diese kleine Klappe auch wieder schließen. Da muss man den Dongle natürlich nicht drin haben und schließt man die Klappe und hat den Dongle nicht drin. Dann haben wir hier insgesamt bei der Maus ein Gewicht von nur 99 Gramm. Das heißt, diese Maus ist extrem leicht und lässt sich dadurch natürlich auch super easy bewegen. Dazu kommt natürlich, dass sie sich so einfach bewegen lässt, dass auf der Rückseite der Maus 100% PTFE Glidepads sind. Und diese Glidepads, die sind ohne wirklich merkbaren Widerstand über das Mauspad schiebbar. Und das Schöne ist, wer sehr, sehr viel zockt, der denkt sich, okay, solche Glidepads, die nutzen ja irgendwann ab. Die sind austauschbar. Das heißt, die kann man einfach austauschen und neue Glidepads untersetzen. Also das ist kein Abnutzungsfaktor dieser Maus, der die Maus danach unbrauchbar macht. Wenn wir dann mal hier reinschauen, der Sensor, der in dieser Maus verbaut ist, ist auch wieder ein Corsair eigener Sensor, mit 26.000 DPI, der einstellbar ist in 1 DPI Schritten, also auch extrem gut und hochwertig. Und das zusammen ergibt natürlich schon eine wirkliche Premium Gaming Maus. Wenn wir dann nochmal über die Tasten auf der Maus sprechen, also nicht nur die linke und die rechte Maustaste, die sind natürlich auch einstellbar, habt ihr natürlich auch die ganzen einzelnen Tasten. Und das gute, beziehungsweise der Vorteil an diesen Tasten ist, ihr könnt Makros drauflegen. Daher ist diese Gaming Maus natürlich nicht nur für Shooter-Spieler sehr, sehr interessant, sondern eigentlich auch für alle anderen Art von Games, wie zum Beispiel MMO-Spieler oder aber Battle Royale-Spieler. Also alles anpassbar, man kann auf jede der Tasten Makros legen in Corsair IQ und auch das Kippen links und rechts des Mausrades ist darüber einstellbar. Schauen wir uns natürlich auch gleich nochmal in IQ an. Nun haben wir hier ja eine Wireless Gaming Maus und bei Wireless muss man natürlich auch über den Akku reden. Hier ist ein Lithium-Polymer-Akku verbaut in der Gaming Maus. Das heißt, man muss keine Batterien wechseln, hat man ja auf der Rückseite auch gesehen. Dieser Akku hat nun folgende Werte. Ihr könnt theoretisch bis zu 100 Stunden mit der Gaming Maus mit einer Ladung spielen, aber auch nur, wenn ihr Bluetooth verwendet und alles an RGB ausschaltet. Nutzt ihr Slipstream und habt RGB ausgeschaltet, könnt ihr bis zu 65 Stunden mit der Maus am Stück zocken. Und das Coole ist, eine Ladung bzw. eine Schnellladung dauert nur ca. 15 Minuten und man hat wieder 20 Stunden Spielspaß. Nun hatten wir auf der Rückseite ja über diesen Schieberegler gesprochen, womit man die einzelnen Verbindungsmodi aktivieren kann. Links ist Slipstream, rechts ist Bluetooth, Mitte ist aus. Ihr habt also zwei Wireless-Verbindungsmöglichkeiten. Slipstream ist natürlich die Corsair eigene Verbindungsmöglichkeit, die unter einer Millisekunde Verzögerung hat und mit einer Abtastrate von 2000 Hertz genutzt werden kann. Also wirklich sehr, sehr schnell. Man kann es natürlich auch über Bluetooth verwenden, dann seid ihr natürlich nicht bei den Vorteilen von Corsair Slipstream dabei. Habt aber dadurch, wenn ihr dann auf Bluetooth stellt, natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit an mehr Geräten diese Gaming Maus zu verwenden. Ich würde sagen, wir hüpfen jetzt nochmal in Corsair IQ und schauen uns dort nochmal genau an, was man bei der Gaming Maus alles einstellen kann. In Corsair IQ sollte euch die Night Saber Wireless wie auch bei allen anderen Corsair Geräten direkt wieder angezeigt werden. Und dort habt ihr folgende Möglichkeiten. Neben den Tastenzuweisungen und den Hardware-Tastenzuweisungen, einmal zum Verständnis, normale Tastenzuweisungen sind nur in der Software gespeichert. Wenn ihr die Maus an einen anderen PC mitnehmt, sind die Tastenzuweisungen weg. Habt ihr Hardware-Tastenzuweisungen, sind die auf dem Gerät gespeichert und ihr könnt das Ganze innerhalb dieser Profile sozusagen auch an andere PCs mitnehmen. Habt ihr dann auch noch zwei weitere Sachen, nämlich wieder Beleuchtungseffekte, Software, Hardware-Beleuchtungseffekte auf der Hardware gespeichert. Ihr könnt die DPI einstellen und ihr könnt auch eine Oberflächenkalibrierung vornehmen, sowie die Geräteeinstellungen vornehmen. Bei den Geräteeinstellungen habt ihr hier, wenn ihr zum Beispiel über Slipstream geht, direkt die 2000 Hertz als Abtastrate. Ganz interessant zu zeigen ist hier natürlich noch der lokale Speicher, also der Speicher auf der Maus, mit dem ihr Profile an andere PCs mitnehmen könnt. Standardmäßig sind hier schon drei Profile auf der Maus gespeichert, nämlich das, was ihr direkt über den Profil-Switch auf der Maus hin und her switchen könnt. Ihr könnt natürlich diese einzelnen Profile hier löschen, ihr könnt aber auch, wenn ihr nun das Profil in IQ angepasst habt, dann euer neues Profil einfach über aktuelles Profil hinzufügen, auf der Maus speichern. Das Ganze wird synchronisiert, ihr habt dann ein neues Profil drauf und nehmt ihr die Maus nun mit, könnt ihr genau dieses Profil auch an anderen Systemen verwenden. Also auch ziemlich praktisch. Bei Beleuchtung und auch Tasteneffekten gibt es hier nichts Neues. Alles, was Corsair vorher auch schon bei anderen Gaming-Mäusen gemacht hat, kann man hier nun auch wieder bei der Corsair Night Saber Wireless machen. So eine Tastenzuweisung gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn man eine Zuweisung erstellt, man einfach auf Tastaturaktionen zugreifen kann. So kann ich zum Beispiel sagen, dass wenn ich mein Scrollrad nach links kippe, also links, ich eine Taste aktiviere und diese Taste, die kann ich natürlich ändern, zum Beispiel auf R. Wenn ich nun R ausgewählt habe für linkes Kippen des Scrollrades, würde ich nach links kippen und würde nachladen zum Beispiel in manchen Spielen ausführen. Also relativ simpel gehalten, aber ziemlich mächtig. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch hardware-seitig bauen und es dann mit den Profilen auf der Maus speichern. Sollten nun noch Fragen übrig sein zur Corsair Night Saber Wireless, so schreibt es doch gerne unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Corsair Deutschland YouTube-Kanal. Ciao, ciao!